Machen wir erstmal da, da sieht doch ganz schick dann aus, so am Wasser entlang. Oh! Gut, dass er es auch nicht betrifft, ok, da haben wir auch noch einen ordentlichen Zugang, heißt von dort könnten Tsunamis kommen und von dort, hm, bei welchen haben wir dort auf zwei verschiedenen Seiteneinzug und so mehr, das ist schon mal gut. Vielleicht sollten wir hier irgendwie noch Feuer und was denn platzieren. Das ganze belebt das bestimmt, ey, mal gucken, ob wir gleich noch, wir müssen vielleicht noch eine Bustin hier hinpacken, dass auch Leute dort arbeiten können. Von der Stadt aus und brauchen Strom. Soll ich noch eine Bustin hier. Ich werde jetzt schon mal wiederholen müssen, das ist schon mal wiederholen, das ist schon mal wiederholen, dass ich noch eine Bustin hier habe, als ich in unsere Bustin hier habe, wir haben schon wiederholen. Und dann geht es noch eine Bustin hier, die Bustin hier. Also, ich habe ein Bustin hier. Ich will, wenn ich noch mehr, was ich? Ich liebe es noch nicht, ich bin jetzt auch mal wiederholen, Dann mache ich mich da mal wiederholen, ich mach dir das nicht. Langsam aber stetig, kommen wir auch da hin Ich bin gespannt wie sich die Schatze entwickelt Und wie das ganze ist mit den Naturkatastrophen und so weiter, wie sich die aus Stadtleben auswirken Dann brauchen wir auch Wasser, mal wieder Direkt Connected Okay, das fahren wir sogar schon Ich park den Autos noch ein bisschen verwirrt Das Gebiet müssen wir schon wieder erweitern, kann das sein? Heieieieiei Stadtviertel reicht nicht mehr aus Ich steig einfach mal auf, das ist schon mal gut Ich steig einfach mal auf, das ist schon mal gut Das einzige was nervt ist, dass wir ständig zu wenig Strom haben Haben wir hier oben noch Platz für 8 Megawatt Platz hier oben noch nicht wieder 2 Am besten 3 Da können wir das hier auch mal erweitern Da können wir das hier auch mal erweitern Da können wir das hier auch mal erweitern So dass ich auch hier wieder kleine Dingsens ansiedeln kann Wunderbar Wo wir schon mal dabei sind, können wir auch hier wieder ein bisschen Mehr Farms hinpacken Ich glaube wahnsinnig vieles aufsaugen Diesen Bedarf Ich kann mir hier nicht an, wann kann ich das Wohngebiet machen Hübschen aussehen machen Okay So ich bin Hmm. Äh, gesundes Wesen, Rettung, Schrauberdepot, Touren und Fitnesshalte, okay, und ein Friedhof gibt es auch schon. Gostet aber. Eieieieiei. Die schönen Sachen gibt es noch nicht. Ist nicht wenig. Ja gut. Fälle zu steil, natürlich. Tschüss. Musik Ja, ja, ja. 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 Wir können hier in diese Richtung gehen. Aber auch noch nicht jetzt. Hier vorne können wir dann, das sogar gerade muss eine Wohnsichtung entstehen lassen. Und wir sind in einer geschlechtlichen Kleinstadt, hervorragend. Jetzt auch wieder ein bisschen mehr auf Tourismus gehen. 7500 bis Bürospezialisierung, ok. Ich bin gespannt. Oh. Im выступieren. Das war's für heute. Das war's für heute.